Meine Fresse, ich hasse es. Dann lass mal schnell da klatschen. Ich wollte gerade sagen, möglichst bevor es da zu hart klatscht, aber... Ach, der hat da seine Fabrik aufgebaut, ey. Der Sack baut ja leider alles wieder auf. So, dann erst mal die Kanone bitte. Mach bitte einfach das Teil kaputt, damit wir zumindest ein bisschen Ruhe reinkriegen. Sagt er und sah schon wieder, wie er ein paar Fabriken aus dem Brunnen schossen. So, komm, jetzt mach bitte das Teil kaputt. Vielleicht auch mal den Panzer. Immerhin, ich hab jetzt noch ein paar Elite-Einheiten. Und wieder einer weniger, schön. Läuft bei mir. Warum auch immer da oben jetzt einer... Oh, Leute, was stimmt denn nicht mit euch? Was stimmt denn nicht mit mir? Das ist die viel wichtigere Frage. Vor allem, ich hab jetzt keinen Sammler mehr. Ja, was machen wir denn da? Wird ausgebildet. Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel. Hier kann man sich noch um die Infanterie. Ja, man muss ein Gebäude verkaufen. Geht ja nicht anders, ne? Hab ich wohl ein bisschen zu viel Zeit vertrödelt. Tja, keine Sammler mehr, ist natürlich ganz großes Tennis. Ja, uns bleibt keine Wahl. Sieht man eigentlich, wie viel man kriegt? Ne, ne? Ich überlege gerade, ob ich nicht mit meiner Basis einfach hier hinten hin umziehe, weil wir hier wieder mehr Tiberium haben. Obwohl, macht auch keinen Sinn, ne? Kommen wir... Wir ziehen uns jetzt erstmal zurück. So, für Einsammler reicht's. Der muss dann jetzt aber überleben, weil jetzt haben wir kein Potenzial mehr, irgendwas zu verkaufen oder so. Ach, ihr habt gar keine Buzzer mehr dran, ne dann? Ändern wir das doch mal. Oh, jetzt kommt er direkt wieder mit einem Angriff, der Sack. Gut, aber ich glaube, ihr seid schlagkräftig genug, dass ihr da gegen solche Angriff bestehen könnt. Bin ich jetzt einigermaßen optimistisch. Den lassen wir mal, wir holen uns erstmal den zweiten Sammler dazu. So, und jetzt können wir dich dazu planen. Oh man, ey, das ist peinlich. So, wir haben ja noch ein paar Buzzer über. So, zack. Ich wollte gerade sagen, ihr dürft ruhig weiter vorpreschen. Seht nur zu, dass ihr nicht sterbt. BAU abgeschlossen. So, da uns ja jetzt hauptsächlich Infanterie gegenübersteht. Wenn wir jetzt auch mal entsprechend unsere Taktik dahingehend abändern. Wobei, wir könnten natürlich auch einfach mal mit unseren neuen infanteriefreundlichen Einheiten einfach mal hochmaschinen und das optionale Ziel eben fertig machen. Neue Bauoptionen wird ausgebildet. Ach du, da stand ja noch einer. Wo kam der denn her? Gott sei Dank haben ein paar Elite-Einheiten überlebt. So war das mal wieder eine Mission. Nicht schön, aber selten. Reparatur läuft. Ich bin immer noch nicht mal dazu gekommen, Flug 1-1 zu machen, weil ich hier so mich habe stressen lassen von den Fangen. So, wo ist noch? Ah ja, klar. Der eine, der da oben wieder meint, alleine rumrennen zu müssen, ey, das ist traumhaft. Weiß nicht, ob die sich bei den Kontrollen was gedacht haben und wenn ja, was die sich bei den Kontrollen gedacht haben. Würde mich auch mal interessieren. Also, so ein bisschen. So, ich mach mal hoch, mach mal eben das optionale Ziel hier mit dem quatschigen Handpalast. So, das wird ein bisschen dauern. Aber wir haben ja Zeit, ne? Was haben wir hier? Oh, ach ja, stimmt. Die Einheit im Zielgebiet reparieren. Warum hab ich das denn noch nicht benutzt? Wird das gebildet. Ach, wieder einer, der meint stehen, um damit zu müssen. Ne, komm, weißt du was, dann machen wir gleich. Wir gucken erstmal, dass wir unsere Truppen sammeln. Ich will jetzt nicht wieder, dass wir irgendwie auf die Schnauze kriegen, nur weil wir... irgendeinen Mistmeinen machen zu müssen. So, haben wir denn Infanterie, die stark gegen Gebäudes auch da? Ne, wisst ihr was, wir machen jetzt auch mal ein paar Lufteinheiten. Boah, können wir eigentlich eine neue... Ne, können wir nicht. Hier einen neuen... Ding ist, eine neue Drohnenstation. Drohnenstation heißt das so? Drohnenplattform, entschuldigt. Hm, ich hab vergessen, meine Einheit reparieren zu lassen. Das ist schlecht, denn jetzt kommt der nächste Angriff. Egal, fahren wir die eben weg. Geht ja recht schnell, da wir jetzt inzwischen auch gegen Infanterie vernünftig gewappnet sind. Hallo, hab ich nicht hier auf Bauen geklebt? Anscheinend nicht. Sonst hätte er ja gebaut. Schop, schop, zerrab. Das ist so, weshalb ich hab halt am Anfang Fehler gemacht und dadurch häng ich jetzt total hinterher mit einem... Ach, hier können wir das Drohnenschiff machen. Ja, schön. So, da kommt der nächste Angriff. Reparatur läuft. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So, dann gibt's mir noch ein bisschen schön dreckig. Das doofe ist, wenn ich jetzt angegriffen werde, dann schaffe ich das Bonusziel nicht. Oder die Bonusziele. Kommen wir uns mal eben hier rum. Ach, jetzt krieg ich Geld dafür. Ja, guck. Dann können wir uns doch auch mal hier ein neues Drohnenschiff leisten da hinten. Ja, guck. Mensch, hätt ich das doch mal eher gemacht. Ja, hätte er, hätte Fahrradkette, ne? So, da kommt leider schon der nächste Angriff. Da müssen wir dann einmal auch dahingehend tätig werden. Einheit wird angegriffen. So, jetzt hast du mir einen Panzer tatsächlich beinahe zerrissen. Finde ich jetzt gar nicht mal so geil. So, du Eier mal da hinten rüber. Bauen wir uns schon mal direkt einen Extraktor. Und vielleicht auch schon mal das eine oder andere Buzznest. Oder Buzzernest. Ach, wieder drei, die meinen, die müssen nicht mit. Ja, schön. Läuft bei uns. Na, sehr schön. Dann haben wir schon wieder einen, der befördert wurde. So, dann machen wir doch mal direkt einen Wachstumsbeschleuniger da drauf. Wird ausgebildet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Noch ein weiteres Buzznest. Einheit wird angegriffen, um zu reichen in die Mitte. So, dann geht's mal schön hier den dreckig. Bau abgeschlossen. Gebäude offline. Ups. Nicht gut. Nicht gut. Gebäude offline. Wird gebaut. Gut, dann muss noch ein Kraftwerk her. Was willst du machen, ne? Ach ja, stimmt. Hier habe ich ja den Sammelpunkt für unsere Heinis. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparator läuft. Okay, das ist jetzt natürlich Mist mit denen da oben. Aber ich glaube, die werden jetzt sowieso eher hier hinten angreifen. Von daher ziehen wir einfach mal unsere Truppen rüber und dann wird das schon passen. So, du mein Lieber kannst mal hier bei dem Tiberiumfeld mithelfen. Ja, sehr gut. Einige meinen, da oben rumfahren zu müssen. Nein, scheinbar meinen so gut wie alle da oben rumfahren zu müssen. Dolle Wurst. Ach, da steht ja immer noch einer. Das ist ja mal ein Ding. So, ich wollte sagen, wir haben noch 1500, der zählt doch nicht. Wobei, machen wir so, wir gucken mal, dass wir ein bisschen näher da oben hinkommen. Und ihr macht mal eben das optionale Ziel da oben. Abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Mua. Ja, komm, machen wir dich da hin. Abgeschlossen. So, dann mach dir mal bitte das optionale Ziel da hinten. Du darfst gerne mitkommen. Einheit wird angegriffen. Wird ausgebildet. Was? Was? Ah, ey. Wo kommst du denn jetzt wieder her? Einheit befordert. Ja, super. Einer, der wieder meint, 10 Kilometer weiter hinlaufen zu müssen. Ja, schön. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ganz großes Tennis. Ich bin begeistert, bin ich. Sehr schön. Ah, ich wollte gerade sagen, gab es diesmal kein Geld. Doch, gab es. Gebäude online. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Reparatur läuft. Ich mag die Buzzertürme. Machen wir mal das eben platt. Bau abgeschlossen. Unzureichend im Mittel. Ach, wir müssen da gar nicht hin, um die... Ah, okay, okay, okay. So, Platz machen bitte. Danke. Und da würde ich ja sagen, sollten wir den Sack auch jetzt mal endlich zumachen, damit das Elend mal hier vorbei ist. Bei Hand aufs Herz war ja wohl eine elendige Mission. Oder zumindest die Art und Weise, wie ich es gemacht habe. War, glaube ich, eher das Elendige. Einheit befordert. So, eben mal steht mal vor, macht mal schön da die Infanterie platt. So, und damit keine neuen Truppen nachkommen, oder zumindest nicht so schnell. So, geht doch. Ey, was eine schwere Geburt. Eigentlich unnötig, dass wir es uns so schwer gemacht haben, aber wir haben halt am Anfang ein bisschen was versimmelt und das kam uns dann später doch recht teuer zu stehen. Und dann ist das zu beschönigen, wir haben uns halt doof angestellt. Ich war schon drauf und dran aufzugehen anfangs, aber konnte mich Gott sei Dank noch dagegen aufraffen. Oh, schön, die sind im Boden festgeglitscht, auch nicht schlecht. Und das war's. Mein Gott, ey, was ein Krampf. Könnt ihr jetzt im Wasser laufen? Anscheinend nicht. Schade. Ja, guck. Haben wir es ja doch noch irgendwie mehr schlecht als recht gewuppt bekommen. 40 Minuten für die erste Mission, mein Gott. Aber ein ganz gutes Killverhältnis. Aber der hat uns ja auch sehr viele Einheiten entgegengeschmissen. Egal. Bonusziele alle geschafft. Sehr schön. Und hier auch alles bekommen. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Siekowski. Tschüss, Siekowski.